Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Excel VBA Tutorial will ich euch zeigen, wie ihr die V-Next Schleife benutzen könnt. Das wird ein sehr simples Beispiel, also keine Panik, wird sehr sehr einfach sein. Nehmen wir mal an, wir wollen in Spalte A 15 mal ein X eintragen, also wirklich nur in Spalte A von Zeile 1 bis 15. Normalerweise könnten wir natürlich hier so ein X eintragen, ich mache das mal, zack, drücke Enter und ziehe mir das Ganze hier runter, natürlich. Aber wir wollen das Ganze natürlich programmieren. Logisch, also dafür sind wir ja hier und jetzt könnte man ja erstmal mit der ersten Zelle anfangen. Wir könnten dafür Range nehmen, dann müssten wir halt in Range den Eintrag splitten, also vom Buchstaben und der Zahl. Das habe ich ja in dem anderen Range Tutorial schon mal gezeigt, aber ich benutze hier lieber Cells. Und ich fange mit der ersten Zelle an, ich schreibe mal Cells auf und die erste Zelle da um A1 bedeutet ja dann 1,1 zu. Und dann will ich als Wert etwas eintragen, also überhaupt etwas eintragen, gebe deshalb einen Punkt ein und verwende die Eigenschaft Value. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und werde jetzt mal eine Zahl nehmen und zwar die 1, die dort eingetragen werden soll. Ich drücke Enter und starte das ganze Ding mal. Zack, ihr seht, hier wird eine 1 eingetragen. Jetzt wollen wir das natürlich von 1 bis 15 haben und genau deswegen werden wir jetzt das Ganze hier mit einer ForNext Schleife umschließen. Ich schreibe jetzt genau darüber, For, benutze dann eine Variable namens, ja ich nehme jetzt einfach mal I und das Ganze soll von 1 bis 15 durchlaufen werden. Also gebe ich ein 1 und dann bis, also 2, 15, ich drücke Enter. Habe natürlich das Gleichheitszeichen vergessen. Ja, sorry, also hier kommt natürlich ein Gleichheitszeichen hin, logisch. Also vor I gleich 1, 2, 15, also bis 15. Ich rücke die Zelle ein bisschen ein mit der Tabulator-Taste und da drunter gehen wir das Ende der ForSchleife ein. Und ich trage da jetzt ein Next ein, drücke Enter, ich werde hier noch ein bisschen Platz schaffen. Und so wie das jetzt aussieht, ja würde zwar die ForNext Schleife laufen und auch 15 Mal durchlaufen werden, aber hier würde sich nichts ändern. Wir starten das Ganze mal, zack und ihr seht, ja ist nichts passiert. Also es ist schon was passiert. Hier wurde jetzt 15 Mal die 1 hintereinander eingetragen, aber das hat man natürlich nicht gesehen. Und um das jetzt hier so anzupassen, dass hier überall etwas eingetragen wird, und zwar von 1 bis 15, müssen wir ja die Zeile nehmen. Bei Cells ist ja der erste Eintrag die Zeile und hier können wir jetzt das I eintragen. Und zwar genau das I, was hier oben steht, das wird ja bei jedem Durchlauf um 1 erhöht, also fängt bei 1 an, läuft dann so weiter oder so lange weiter, bis es bei 15 ist und dann wird die Schleife verlassen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier wirklich nur das I eingetragen. Ich werde jetzt hier als Wert auch das I eintragen, zack. Damit bekommen wir für jeden Durchlauf, also in jeder Zelle, in jeder Zeile auch den entsprechenden Wert. Also Zeile 1 erhält die 1, Zeile 5 dann eine 5. Ich lösche das hier gleich nochmal, zack, damit wir auch sehen, dass alles funktioniert, selbst in Zelle A1. Starte das ganze Ding hier und ihr seht, das Ganze funktioniert. Wenn ihr den Code, aus welchen Gründen auch immer, ja vorzeitig abbrechen wollt, dann könnt ihr hier Exit for eintragen. Ich zeige das mal ganz kurz. Wenn zum Beispiel, was nehmen wir, ach nehmen wir die 5. Das machen wir danach, das heißt die 5 soll noch eingetragen werden. Und jetzt könnten wir zum Beispiel so etwas schreiben wie, ich mache das mal hier so, if i, also wenn die Variable i den Wert 5 hat, also if i gleich 5, then, also dann beende, also Exit for. Ich werde das vorher nochmal kurz löschen. Dann wird jetzt alles durchlaufen, wie vorher auch, allerdings wenn die Variable den Wert 5 hat, wird die Schleife verlassen. Das heißt, wir bekommen nur Einträge von 1 bis 5. Ich starte das Ganze mal, zack, und ihr seht, das Ganze funktioniert. Bei einzelnen Werten, die ihr auslassen wollt, könnt ihr natürlich auch den Bereich hier, ich kommentiere das mal kurz aus, mit einem Hochkomma. Also wie gesagt, wenn ihr einzelne Bereiche ausblenden wollt, dann könnt ihr das ja über eine If-Anweisung machen. Ich mache das jetzt auch gleich nochmal. Das heißt, ich füge hier noch ein bisschen Platz ein. Und dann werden wir hier einfach mal das so machen, dass nicht bei 5 oder nach 5 abgebrochen wird, die Vorschleife. Sondern wir machen das so, dass alles eingetragen werden soll, außer die 5. Das heißt, ich schreibe hier rein, if i kleiner, größer 5, kleiner, größer 5, sen. Und hier unten beenden wir die If-Abfrage mit endif. Das heißt, die Schleife wird durchlaufen. Immer wenn der Wert nicht 5 ist, dann wird das hier ausgeführt. Das heißt, wir bekommen jetzt wieder alle Einträge wie vorher, von 1 bis 15, außer der 5. Wir gucken, ob das funktioniert. Das wird jetzt alles überschrieben, deswegen brauche ich das jetzt nicht löschen. Zack, klar muss ich das löschen. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Die 5 stand ja schon drin. Also nochmal kurz löschen das Ganze. Und nochmal ausführen. Und zack, ihr seht, jetzt fehlt hier die 5. Genauso wollten wir das haben. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal als kleine Einweisung für die V-Next-Schleife. Ich hoffe, der ein oder andere konnte jedenfalls mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.